Und willkommen zu einem neuen Part von Sonic Generations. Ja, in diesem Part werden wir die, 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 wie heißt die Zone hier nochmal? Ich weiß es gerade gar nicht, steht da auch nicht, leider. Auf jeden Fall, sie ist aus Sonic Colors. Die erste Zone. Und da fällt einem gleich schon mal die Musik auf. Wie irgendwie auch immer bei dem klassischen Sonic, da fällt die immer am meisten auf. Da geht die immer am meisten ab, finde ich. Da ist auch am meisten geremixt. Also, ich meine, hier brauchst du ja auch einen Remix. Ganz klar. Oh, ich war doch schon drauf. So, und dann bekommen wir auch gleich mal unsere Fähigkeit, die wir mit Y einsetzen. Ähm, ja. Y, bitte. Komm, 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 komm. Na, komm, 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 komm. Oha, fast. Das war knapp. Das war echt knapp, verdammt. Wow. Oh, das Teil geht schnell runter. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Na ja, wir sind durch. Und das ist alles, was wir brauchen. Und da sind noch Ringe. Aha, nehme ich mal mit. Vielleicht bekommen wir ja noch... One up. What? Ich hätte gedacht, ich wäre drauf. Ich glaube, ich habe mal ganz kurz nicht auf Sonic geachtet, dann komme ich nicht drauf. Was? Mal los. Spike. Tschüssi. Wollen wir hier nicht schon? Fuck. Ja, sorry. Das muss jetzt sein. Ich wollte eigentlich nicht Fuck sagen. Ich wollte sowas wie... Verdammt! Sagen, aber ich habe es mir rausgerutscht. Sorry. Kann einem ja auch mal passieren. Nein! Stirb. Hallo? Wieso hat gerade eben die Musik aufgehört? Irgendwie so leckt es gerade. Das dürfte gar nicht legen. Und ich fall die ganze Zeit runter. Wegen diesen scheiß Legs. Ich hasse es, wenn Sonic auf so einer... Scheiß Sprungplatte ist. Also wir können es mal wieder mit dem Leben vergessen. Ich habe noch nie ein Leben durch Ringe bekommen. Merke ich da gerade so. Ja, gerade leckt es echt extremst. Aber wenn es euch noch nicht aufgefallen ist, wird es immer beim... ...klassischen Sonic. Wow. 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 Ich lasse jetzt einfach mal ein bisschen laufen. Hä? Na gut, jetzt hat sich die FPS-Anzeige auch wieder ein bisschen beruhigt. Oh ne, was liegt denn hier gerade so? Sehr erfreut. Ja, habe ich nicht mehr geschafft. Wenigstens habe ich diese Fähigkeit. Zuck, 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 zuck. Ja, eigentlich wollte ich. Nein, nicht wieder zurück. Bin ich lebensmüde. Ja gut, hier kann ich auch kommen. Oh, ich bin zurückgegangen. Und das war dumm. Na egal. Da unterhalten wir uns dann später mal drüber. Das war auch extrem blöd. So. Genau das wollte ich. Hier einfach mal aufräumen. Nein. Dammit. Ähm, wie? Ich komme ja an dem vorbei. Jo, schon klar, dass da was ist. Oh, da kommt man durch. Das wusste ich nicht. Mann, an dem Level hocken wir mal wieder Stunden. Nein. Das ist doch echt nicht wahr. Ich bin immer auf denselben Trick rein. Stirb. Schade, dass man da keinen Wandsprung einsetzen kann. Naja, so geht's auch. Mann! Scheiß Legs. So, dann halt von oben. Ich würde schon eigentlich so perfekt treffen. Hallo. Hä? Wer hat das jetzt gerade hier kapiert, was da gerade eben abgegangen ist? Okay. Wir müssen nichts anderes tun. Au. Die schießen. Okay. Okay. Boah, nee. Kann man hier nicht drauf hüpfen oder sowas. Das Nick ist doch so ein Talent dafür. Ja, vielleicht brauche ich hierfür doch ein bisschen länger als eigentlich geplant. So, hier bringen dich jetzt aber die Spikes. Ich glaube in die Richtung, ja. Ja. Ich glaube in die Richtung, ja. Viel zu lang. Viel zu lang. Ja, aber... Wow. Das haben wir noch geschafft. Schön. Das dauert... Das dauert... Das Level ist aber auch lang. Nein! Achso, ja. Und von diesen Zahnrädern bekommen wir natürlich Schaden. Und von... Ja, von denen ist es auch logisch, dass wir Schaden bekommen. Weil anders hätten die einfach keinen Sinn. Aber von Gegnern zum Beispiel nicht. Alter! Das regt mich mal auf. Man springt und dann springt er viel zu weit. Also hier, das... Das ist wirklich schwer zu kontrollieren. Die Spikes. Ja, hier. Springt er viel zu weit. Äh, wieso? Nein! Ich hab doch in die andere Richtung gedrückt. Oh! So. Mehr wollte ich doch gar nicht. Nein, ich wollte nicht zurück. Hä? Da kommt man nicht weiter. Da kommt man halt doch weiter. Oh, Mann! So ein Scheiß. Echt. Also... Die Zone haben sie hier zu... lange gemacht. Eindeutig. Oh. So, wir gehen jetzt mal auf. Achso, deswegen. Ja, ich hab mich grad schon geändert. Mann! Ey, das regt doch auf. Ich hab das auch als ziemlich unangenehmes Level hier in Erinnerung. Na, so ist es nicht. Ich bin noch nie so der Fan davon. Komm, oah. Wäre zu schön gewesen. Boah. So. Da können wir nicht weiter. Dann hier. Ja, scheiß Rackets. Umhör. Ja. Es war klar, dass mir das passiert. Halleluja, haben wir es endlich geschafft. Also, ich komm mit dem Level immer noch nicht klar. Es war echt gut umgesetzt zu Sonic Colors halt. Weil das war halt Sonic Colors mit den Wisps und so. Dann wollen wir mal ins Ziel, oder? Jo. Nach 13 Minuten 24, das heißt, diese Welt hier wird in ein paar Teile unterteilt, einfach. Also, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin und ciao. Bis dahin und ciao.